Wussten Sie, dass die Menschheit seit 12.000 Jahren unter der Erde lebt? Und jedes Mal verbessern sich die Lebensbedingungen im Untergrund. Gerade jetzt bauen die reichsten Menschen der Welt komfortable Bunkervillen unter der Erde. Vielleicht bereiten sie sich auf etwas vor? Sie wissen genau, was auf uns zukommt. Weißt du das auch? Glaubst du, dass es für dich einen Platz in ihren Städten während der globalen Katastrophen geben wird? Du kennst die Antwort auf diese Frage. Milliarden Dollar gehen in den Untergrund. Aber dieses Mal kann sich niemand unter der Erde verstecken. Denn die Zerstörung der Erde geschieht gerade von innen nach außen. Denn Planeten erwartet das Schicksal des Mars, die Zerstörung des Kerns, das Verschwinden der Atmosphäre, Vernichtung des Alllebenden an der Oberfläche und im Untergrund. Hast du eine Idee, wie du deine Verwandten und deine Kinder überleben können? Wir können uns auf niemanden verlassen außer auf uns selbst. Und darin liegt unsere Stärke. Es gibt einen Ausweg. Das weltweite Projekt der Menschheit, kreative Gesellschaft. Das vereinte Potenzial der Menschheit garantiert die Zukunft, die schöner ist, als du dir je erträumen könntest. Menschen handeln bereits. Mit dir wird diese Zukunft viel schneller eintreten. Mach mit! Mcc teammates Mokors 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 Mokors